Lohnt sich der Kauf eines Leatherman Tread Tempo, also einer von diesen beiden Uhren? Wenn du wissen willst, was ich davon halte, dann bleib dran! Hallo Willkommen, da ist der Renny Ossen vom Survival Show Problemsgrund. Schön, dass du dabei bist. Diese Uhren, die haben mich schon sehr sehr lange immer wieder gereizt und ich habe mir die jetzt geholt und zwar von Leatherman. Die Idee dahinter ist, dass man ein schönes Armband hat, so wie man das eh kennen, sozusagen vom Tread. Das kannst du dir umhängen, aber da ist halt keine Uhr drauf und dass man das gleich kombiniert mit einer Uhr. Ich bin jetzt kein Uhren-Experte, das möchte ich gleich hinzufügen, aber ein kleiner lieber Uhren-Sammler, ich habe so das eine oder andere Stück, da kommen wir gleich dazu. Aber ich fange jetzt mal an mit diesen Teilen. Das sind Quarzuhren, also keine Automatikuhren, sondern Quarzuhren. Ich habe meine drehbare Lünette. Das heißt, jetzt kann man sagen, ja gut, Taucheruhr, wer geht damit tauchen? Das glaube ich auch nicht, dass man diese Werkzeuge unter Wasser braucht, aber ich bin ja kein Experte, was Tauchen betrifft. Aber ich finde das insgesamt auch sehr sehr praktisch. Das ist momentan die Citizen, die ich momentan habe, die Titanium, gebe ich da billige Eigenwerbung unten, den Link auf Amazon. Und bei der ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte Eier fünf Minuten lang kochen, dann drehe ich mir die Lünette so auf den aktuellen Minutenzeiger und sage, okay, und in fünf Minuten habe ich. Oder wenn ich bei den Überlebens-Trainings eine Aufgabe stelle und sage, wir müssen in zehn Minuten das haben oder in 20 Minuten oder was auch immer, dann markiere ich mir die Zeit damit. Also das finde ich sehr sehr praktisch. Gut. Und das kann die hier jetzt auch. Dann recht groß, ja, recht groß ablesbar. Meiner Information nach ist das Glas ein Mineralglas. Schau das unten auf Amazon an. Alle technischen Daten findest du dort. Ich verkaufe diese Teile ja nicht. Lederman beliefert mich leider nicht. Das ist so, ich bin zu klein für die. Aber so ist die Welt. Und der Punkt dabei ist, das ist durchaus in Ordnung. Also ich finde es, wenn dir das gefällt von der Optik her, ist das ja auch okay. Du hast eine Datumsanzeige. Auch das Leuchti-Leucht, was es macht, schauen wir uns dann nachher gleich an. Aber eines muss ich gleich einmal vorweg schicken. Bei aller, bei allen praktischen Anwendungsgebietes vielleicht durch diese kleinen Möglichkeiten, die hier beim Schraubenzieher und ein Glasbrecher ist dabei, gegeben sind. Und du hast hier hinten, wenn du das hier da jetzt raus, da hinten, das sieht man jetzt nicht so toll. Warte mal, da ist das eingebaut. Mit dem kann man einerseits einmal diese Tools bearbeiten. Du hast dann hier noch einmal einen kleinen Schlitz. Und das hier, das ist eigentlich als kleine Nagelfeile gedacht. Das ist ja alles recht gut und schön und das ist lieb und nett. Und wenn dir das gefällt und wenn du Leatherman-Fan bist, dann ist er auch gut. Gibt es natürlich auch in schwarz. Aber beide, vollkommen egal, für was du dich da jetzt entscheidest, sind extrem schwer. Also das merkt man wirklich. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kontrastprogramm mitgebracht. Die habe ich jetzt gar nicht so lang. Diese Titan von Citizen, die ist so leicht. Das ist Wahnsinn, wenn ich die jetzt vergleiche mit einer Saiko zum Beispiel, die ich auch sehr gerne habe. Das ist einfach, ich spüre das am Handgelenk nicht. Oder zum Beispiel, und das ist jetzt ganz billige Eigenwerbung, hier zum Beispiel die Tracer. Oder Tracer. Wenn ich die mir raufgebe, ja, gebe dir den Link in meinen Shop, dann spüre ich das im Endeffekt nicht. Das ist wie wenn da nichts da wäre. Und jetzt mache ich halt das Kontrastprogramm und das war halt schon etwas, wo ich immer gesagt habe, joi. Natürlich habe ich da aber auch Funktionalität dabei. Du hast hier dann noch einmal einen kleinen Gurtschneider mit dabei. Da kannst, Leatherman steht da drauf. Ich habe ein anderes Video zu Leatherman gemacht, gebe ich da oben beim Edit den Link, wo ich so gut wie alle Tools vorstelle. Der Kapselheber, das ist ihnen ganz wichtig, anscheinend trinken die gern Bier. Aber da hast du halt, das kann man auch schön einstellen, aber da hast du schon einen Glunker drauf. Also das ist so, ja, ich habe meine Uhr so zu, boah, ja, okay. Also mir persönlich ist das einfach zu groß, muss ich da echt sagen. Und, also, unabhängig jetzt von der Optik, das ist mir einfach zu groß, zu schwer, zu globig. Aber das soll im Auge des Betrachters liegen, ja, also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gebt da unten den Link auf Amazon, schaut euch das an, die Teile sind auch nicht ganz günstig. Das ist so, dafür kriegt man halt auch gute, vernünftige Qualität, das muss ich schon sagen. Was ich bei der Uhr, ich werde sie in den Langzeittest nehmen, also kommt nochmal ein Video dazu. Was ich vermute, so wie bei Leatherman das immer ist, dass das schwarze Ding abgehen wird, dass das abfärben wird, dass das anschlägt. Das vermute ich jetzt mal. Warum auch immer, hat bis jetzt, zumindest bei allen Leatherman-Tools, die ich in schwarz hatte, ist das irgendwie abgefärbt. Und ich habe Kommentare gelesen, ich habe dieses Mal wirklich recherchiert, bei Uhren recherchiere ich auch wirklich, weil ich mich da eigentlich überhaupt nicht auskenne. Ich kann da auch keine technischen Daten jetzt sagen, oder welches Quarzwerk, das ist mir alles wurscht. Aber da habe ich halt recherchiert und habe gelesen, dass bei vielen auch da die Farbe abgeht. Und da hat man gedacht, typisches Leatherman-Leiden, das ich auch von den Multitools kenne. Verstellbar, also ich müsste jetzt hier eines von diesen Links, von diesen Gliedern hier rausnehmen. Werde ich auch noch machen und werde anpassen an mich. Und dann hier gibt es noch, und das finde ich durchaus in Ordnung, weil das bei einer Uhr ganz einfach notwendig ist, hier die Möglichkeit dann noch einmal nachzujustieren, damit das dann auch wirklich auf dein Handgelenk passt. Ich bin noch nicht sicher, also eine der beiden schicke ich zurück, das weiß ich jetzt schon, weil wahrscheinlich wird es die Schwarze sein, die ich zurückschicke, weil ich mir das einfach nicht geben will. Oder soll ich mir einen Schreibpunkt, einen Kommentar, soll ich mir die Schwarze behalten und dann darüber berichten, ob sie wirklich abfärbt. Irgendwie die Silberne ist mir einfach zu Silber. Wahrscheinlich wird es die Schwarze werden. Aber gut, es sei es drum. Ich will lieber was ganz anderes da auch noch sprechen, unabhängig jetzt von der Uhr, von diesen Werkzeugen hier. Ich habe ohnehin vor, dieses Armband auch einmal genauer vorzustellen, aber ich greife da, das habe ich schon ein bisschen länger, da habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ich möchte über die Sinnhaftigkeit von diesen Teilen sprechen. Ich meine, da kann man sowieso sagen, Rainer, warum hast du da unterschiedliche Multitools da hinten? Was ist die Sinnhaftigkeit, oder was ist die Sinnhaftigkeit von diesem Böker Tango Bar? Was ist die Sinnhaftigkeit, billig irgendwie, aber gibt es natürlich auch bei mir im Shop, dass man sagt, wozu brauchst du das? Das ist immer wieder der Punkt, das ist mir schon klar. Aber da zumindest, da habe ich noch eine Idee dazu. Oder bei einem anderen Multitool, ob jetzt von Victorinox oder Leatherman, da habe ich noch eine Idee dazu, da habe ich ein Messer und so. Aber da hier, es ist eh cool, wenn du, ich habe das bei den Armbands einmal gehabt, da ist eine Schraube locker, gewesen und habe gesagt, schau, cool und habe es runternehmen können und konnte dann mit einem Kreuz da so ein bisschen, das ist Pipifax-Werken, was man damit macht, in Wahrheit. Aber es ist cool, es ist einfach von der Idee her nicht. Aber ob ich das in Kombination mit einer Uhr brauche, das dann im Endeffekt so schwer ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das werden wir noch sehen. Das kann ich gleich dazu sagen. Und, das habe ich noch nicht herausfinden können, vielleicht kann mir da irgendjemand helfen. Angeblich, also beim normalen Trade, also bei dem normalen, ohne Uhr, Armband, gibt es eben eine Version, die schlank ist, also schmäler ist. Bei dieser Tempo, eben mit der Uhr Tempo, gibt es angeblich nur diese fetten Teile hier. Und das ist halt die Frage, ob mein Informationsstand da wirklich richtig ist. Schreibt mir da bitte was, wenn du dazu was weißt. Also das ist halt ein bisschen ein Achteil dabei. Ich weiß auch noch nicht, wie lange sie insgesamt halten wird, wie das mit dem Batteriewechsel sein wird. Das werde ich da alles noch beschreiben, weil jetzt zu einem Video, ich werde mir wahrscheinlich die schwarze gehalten. Und werde dann, ja in einem Jahr ungefähr, wieder darüber berichten, wie es mir damit gegangen ist. Das war's jetzt. Ich mag dir um folgendes bitten. Was ist deine Meinung zu diesen Leatherman Uhren, diesem Trade Tempo? Vielleicht auch, was ist deine Meinung zu diesen normalen Armbändern? Ich hab's noch nicht ganz entschieden. Was würdest du nehmen? Die silberne oder die schwarze? Was würdest du nehmen? Schwieriges Thema. Ich dentiere zu schwarz, aber schreib mir ein bisschen was. Ja, dann bleibt mir im Endeffekt nichts anderes übrig, als billige Eigenwerbung zu machen. Und da gebe ich da den linken Amazon. Ich habe ja leider auch nicht im Programm. Die ist aber voll super. Und die natürlich sowieso. Und ja, das war's. Schreib mir einen Kommentar, was du von dem hältst. Ist Leatherman cool mit diesen Uhren oder nicht? Was ist da deine Meinung? Das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben und dann nach unten. Link zu all den Produkten findest du natürlich. Abo dalassen. Da geht's zur Trazer Trazer. Ein paar andere Videos. Das hat mich gefreut. Den Rainer Rossmann. Und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Und dann erzähle ich, wie es mir damit gegangen ist. Bis dann und ciao, ciao. Du bist da. Du bist da. Untertitelung des ZDF, 2020